Liebe Zuschauer, liebe Freunde, liebe Gläubigen und noch nicht an Jesus Glaubende, willkommen. Der Frieden des Herrn sei mit uns allen. Schalom. Ja, das Jahr 2023 geht jetzt mit großen Schritten zu Ende und ja, so insgeheim warten wir ja doch noch auf diesen Vertrag. Für sieben Jahre bis 2030 müssen ja die SDG-Ziele eingehalten werden. Ja, und da kommen doch Nachrichten, dass die ganze Sache doch jetzt verschoben ist. Ja, und warum mache ich das hier eigentlich? Ja, eigentlich ist das Ziel hier noch so viele Menschen, wie es irgendwie noch geht, zu Jesus Christus zu ziehen, eben zu zeigen, schaut hier, diese Dinge werden geschehen, so wie es in der Bibel steht. Es ist kein Märchenbuch. Ja, Gott hat es eingehaucht, dieses Buch. Er sagt uns, was kommen wird und warum das alles geschieht, ja, und warum es diese Endzeit gibt. Und ja, die Möglichkeit eben da, ja, Rettung zu erfahren, ist eben Jesus Christus alleine. Und das ist eben hier mein Auftrag, die Leute darauf hinzuweisen, hey, schaut, es steht geschrieben in der Bibel, es wird so kommen, ja, und kommt zurück zu Gott durch Jesus Christus. Und das ist meine Aufgabe hier als Wächter. Ja, also, es gibt jetzt am Ende des Jahres doch einige Meldungen. Und zwar dieser Vertrag, wie gesagt, da gibt es eine Aufschiebung, aber auch die, ja, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Und da gibt es, ja, die weiteren Entwicklungen eben in dieser Gok-Margok-Angelegenheit, ja, schon oft darauf hingewiesen, aber das wird eben immer deutlicher vor unseren Augen. Und das ist es ja gerade, ja, dass es immer deutlicher wird, so wie es geschrieben steht in der Bibel. Und jetzt sagen, ja, einige in dieser Echokammer, in der Truther-Blase, in der ich mich ja auch befunden habe, ja, die bauen jetzt Hamageddon nach. Also, die nehmen die Bibel als Drehbuch, ja, um Hamageddon zu stattfinden zu lassen. Und wenn wir uns die Bibel eben komplett eben anschauen und im gesamten Zusammenhang eben betrachten, ja, mit dem Heiligen Geist geführt, dann werden wir natürlich feststellen, das geht natürlich nicht, ne, weil jeder dieser unterschiedlichen Personen, die hier agieren, ganz andere Interessen hat, ja. Und es geht letztendlich immer um Macht, ja, um, ja, das ist ja die Geschichte, wenn wir an Gott glauben, dann wissen wir natürlich auch, dass es den Teufel gibt, ja. Und wenn ich schon anfange und sage, den Teufel gibt es nicht, ja, das mache ich dann natürlich, um mich zu schützen, um zu sagen, ja, es gibt doch keinen Gott, ja. Ich will keinen Gott über mir haben, einen, der alles geschöpft hat, ja. Und das ist eben diese Geschichte der Atheisten, ja. Sie möchten das eben allein ihr Schicksal in die Hand nehmen und wir sehen aber, dass hier etwas Dickes auf uns zukommt und da kannst du eben nicht drum rum kommen. Ja, und die haben eben hier jeder seine eigene Absicht, ja, und die lesen nicht die Bibel. Es gibt ja auch unterschiedliche, die Juden zum Beispiel, auch die orthodoxen gerade Juden, die lesen zum einen ja Tanach und Tora, das heißt das Alte Testament, das, was wir als Altes Testament kennen. Darüber hinaus lesen sie eben Deutungen und Auslegungen dieser Schriften, das nennt sich dann zum Beispiel Talmud, ja. Das ist der babylonische Talmud vor allen Dingen, ja. Ja, das, was allerdings im Neuen Testament steht, das lehnen sie komplett ab. Das hassen sie. Sie hassen Jesus, ja. Und das sieht man gerade in diesen Schriften. Sie hassen Jesus. Von daher ist alles, was im Neuen Testament ist, ihnen ein Gräuel, ne. Deshalb können die auch gar nicht Hamageddon herbeiführen, weil Hamageddon steht im Neuen Testament, ja, im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, ja, und deshalb schon alleine, wenn die das gar nicht irgendwie herbeiführen, ja, es würde auch keinen Sinn machen, weil im Neuen Testament steht ja auch, aber auch eigentlich schon im Alten Testament durch die Propheten, durch die Alten angekündigt, dass dann eben sie selber in den ewig brennenden Feuersee geworfen werden. Und was würde das machen, also was würde das denn bedeuten, wenn ich das nachspielen wollte, um dann in den ewig brennenden Feuersee geworfen zu werden? Das macht keinen Sinn. So, und ich denke mal, am Anfang schauen wir jetzt mal genau hier in diese Stelle hinein, wo es im Hamageddon geht, weil das immer dieses Schlagwort ist, ja, und das lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 16, äh, 16, und im Zusammenhang lesen wir mal ab 14 einfach vor. Es sind nämlich dämonische Geister, ganz wichtig, es sind dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises. Und Erdkreis heißt hier nicht, dass das irgendwie eine gerometrische Kreisfigur ist, sondern natürlich die Gesamtheit, die Erde, ja. Um sie zum Kampf zu versammeln, an jenem großen Tag, es wird einen großen Tag geben, an jenem großen Tag, die Bibel ist voll von diesem, es wird diesen Tag geben. Des Allmächtigen, ne, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Und er versammelt sie an dem Ort, der auf Hebräisch Hamageddon heißt. Das ist die Hamageddon-Ebene, guck mal hier, was hier steht, Berg von Megiddo in der Israel-Ebene, Zachariah 12, 11 zum Beispiel, kommt das auch vor. Ja, also, er wird diese Völker versammeln, ja, in dieser Gegend. Und es gibt noch einen weiteren, ach, es gibt noch viele Hinweise, hier zum Beispiel der Prophet Joel, 4, 2 und 4, 12, da heißt es Tal Josaphat, ja, das ist direkt in Jerusalem, ja, also ganz Israel, vor allen Dingen Jerusalem, wird am Ende dieser Zeit eben bedrängt durch die Heidenvölker, ja, das sehen wir jetzt schon, ja, aber während der sieben Jahre Drangsal wird das ganz schlimm, so schlimm, wie es nie zuvor war. Schauen wir, Joel, 4, 2, da werde ich alle Heidenvölker, also wenn hier steht ich, heißt es natürlich Gott, da werde ich, Gott, alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Was sehen wir gerade? Was passiert hier mit der UN, mit den ganzen arabischen Ländern ringsherum? Und dann hier, Joel, 4, 12, die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen, nach Jerusalem. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsherum. Ja, das wird geschehen. Ja, aber es ist eben sein Volk. Es ist Gottes Volk Israel, es ist sein Erbteil Israels. Ja, da gibt es nichts dran zu rütteln und wer eben hier sagt, er sei gegen das Volk Israel oder es würde dem Volk Israel das eben absprechen, dass es das Volk Gottes sei, ja, der pastet Gottes Augapfel an, so steht es an anderen Stellen, ja. Und was das zu bedeuten hat, das wissen wir Deutschen ganz besonders gut. Ich sage nur, Deutschland 1945. Und ich sage allen, die in dieser Echokammer leben, diese Truther, ja, und da jetzt wieder anfangen und sagen, oh, schaut mal hier, die bauen jetzt Hamageddon nach, die wollen die Bibel abarbeiten und das Volk Israel hat gar keine Berechtigung da unten. Wie oft wollt ihr das denn noch durchspielen? Ich meine, dieses 1945. Wollt ihr wieder von neuem anfangen? Seht euch bitte die Bibel an, ja, seht euch die Propheten an, die alten Propheten, seht euch das Neue Testament an. Kommt zu Jesus vor allen Dingen, das ist natürlich ganz wichtig, ja. Lasst den Heiligen Geist hinein, ja, und der Heilige Geist schlüsselt euch diese Bibel auf, ja, sieht erstmal am Anfang aus, als wäre das ein Riesenberg und kompliziert und das ist, kann doch keiner verstehen, doch, der Heilige Geist zeigt euch das auf. Das ist wunderbar, ja. Also tastet nicht dieses Volk an, das wird allen zu, wirklich zum Übel, ja, jeder, der Gottes Augapfel antastet, ja, und gerade, warum geschieht das denn, ja, warum rotten die sich denn alle zusammen und wollen gegen Israel und vor allem gegen Jerusalem hinaufziehen? Das bewirkt der Teufel, das bewirkt Luzifer. Wer etwas wissen möchte, genaueres wissen möchte über den Teufel, lese Jesaja 14 und Hesekiel 28, ja, dort steht so einiges, was der Teufel will. Er will sich über Gott stellen, er möchte seinen Thron nehmen, über dem Thron Gottes, ja, hinaufsteigen, ihm gleich werden oder ihn gar übertreffen. Das will er und vor allen Dingen, er will Anbetung. Er will, dass alle Menschen ihn anbeten, den Teufel, ja, bei der Versuchung, ähm, Jesu, ja, in der Wüste war das ja auch schon so, äh, Jesus wurde ja hinausgeführt in die Wüste durch, äh, durch den Teufel und, ähm, ja, du musst mich nur anbeten, ja, und Jesus hat natürlich gesagt, weiche von mir. Ja, er möchte Anbetung und er möchte, dass die ganze Erde alle Menschen ihn anbeten und das lesen wir gerade in der Offenbarung, ja, ja, er will die Weltherrschaft. Der Teufel will die Weltherrschaft und er benutzt diese Länder drumherum, vor allen Dingen den Islam natürlich, ja, und eventuell höchstwahrscheinlich, dass entweder das Tier oder der Antichrist direkt aus dem, ähm, aus dem Islam eben kommt, ja, ähm, ja, und, ähm, wir sehen wirklich, wie sich hier die Bibel vor unseren Augen erfüllt, ja, nicht nur einfach Offenbarung 16, ja, hier, äh, Amageddon, sondern alles im Miteinander in Betracht ziehen. Ja, dieses Geschehen, ne, das bahnt sich eben an, hier, Gok Magok, Invasion gegen Israel, hier habe ich mal stellvertretend diese drei hier, Persien, Türkei und Russland, ja, äh, auch vor allen Dingen natürlich jetzt durch die BRICS-Staaten, ja, Iran, Persien ist dabei und das, ähm, ja, die, die, ähm, die Perser, also die Iraner und die Russen verzahnt das natürlich immer mehr, ja, und die Perser sind natürlich extrem gegen, gegen Israel, sie wollen nun mal Israel auslöschen, weil der Teufel Israel und Jerusalem auslöschen will, weil natürlich der Teufel weiß, er hat, Gott hat seine Wohnung in Jerusalem, ja, ja, also auf Erden, diese Wohnung, ja, und das will natürlich der Teufel beseitigen und dazu benutzt er natürlich die Perser und den Islam, ja, aber sie sind alleine zu schwach und, ähm, da kommt eben diese große Weltmacht aus dem äußersten Norden und eben die Türkei ist auch eine große Macht am Mittelmeer. Ja, und, äh, das, äh, entnehmen wir eben Hesekiel, Kapitel 38 und 39, dieser Gok-Margok-Krieg, der kommen wird innerhalb dieser Drangsal, es zeichnet sich schon vorher ab, auch jetzt, ja, und, ja, hier sogar, ähm, Saudi-Arabien steht auch mit dabei, tatsächlich, ne, Sabah und Dedan hatte ich auch schon mal kurz angesprochen in einem Video, ja, wir sehen hier die Stadt Dedan, Saudi-Arabien und Sabah hier auch im, äh, aus dem Golf, ähm, beziehungsweise Halbinsel, äh, Arabiens, ja, also auch diese Bereiche. Hier unten haben wir den Jemen, ne, alle sind mit dabei. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu den aktuellen Geschehnissen, ja, wir wissen Frieden und Sicherheit, wenn sie rufen Frieden und Sicherheit, dann kommt das große Verderben über sie und da stehen wir auch jetzt kurz davor. So, in den letzten Tagen hat sich ja etwas angekündigt bei den Vereinten Nationen, es geht um den Gaza-Konflikt. Ja, es gab eine UN-Resolution gegen Israel, doch bitte im Gazastreifen eine, eine Feuerpause einzulegen für die Zivilisten, hieß es und das wurde im UN-Sicherheitsrat abgelehnt durch ein Veto der, ja, der USA. Die sind ja berechtigt zum Veto, die fünf ständigen Mitglieder und ja, dann kam es eben nicht zu dieser Verurteilung Israels, aber es gibt da so ein Paragrafen oder ein Artikel in der Charta der Vereinten Nationen, die da einen kleinen Umweg bieten können und ja, der Herr Guterres, der Vorsitzende, da hat das auch angewandt. So, wir schauen jetzt erstmal hier, die UN, ja, sie schlägt sich ziemlich einseitig auf die Seite der Palästinenser in diesem Sinne auch, muss man ganz ehrlich sagen. Die Verurteilung damals vom 7. Oktober, die waren dagegen sehr schwach. Na gut. Schauen wir jetzt hier mal bei Al Jazeera, das ist ja eine arabische Zeitschrift oder Zeitung und was schreiben die dazu? Ja, die sehen das natürlich aus arabischer Sicht. Was ist die UN-Resolution 377a? Kann sie bei den Bemühungen um die Beendigung des Krieges zwischen Israel und Gaza helfen? Ja, schauen wir mal. Die Resolution ermächtigt die Mitgliedstaaten, kollektive Empfehlungen abzugeben, ist aber rechtlich nicht bindend. Das Veto der USA am Freitag gegen eine vorgeschlagene Resolution des UN-Sicherheitsrates ist, der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird, hat Gespräche und einen Aufruf zum Handeln ausgelöst, um eine seltene Resolution der Vereinten Nationen zu nutzen, um Israels brutalen Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden. Schreiben sie. Ägypten und Mauretanien briefen sich am Montag auf die Resolution 377a, um eine Dringlichkeitssitzung der UN-Generalversammlung UNGA am Dienstag einzuberufen. Die Resolution besagt, dass die UN-Generalversammlung eingreifen kann, wenn der UN-Sicherheitsrat nicht in der Lage ist, seine Hauptverantwortung für die Erhaltung des Weltfriedens nachzukommen, weil keine Einstimmigkeit besteht. Ja. Also man versucht hier diesen Sicherheitsrat zu umgehen, also das Veto der USA, weil die ja noch auf Israels Seite stehen. Und hier auf der Seite direkt von der UN, da äußert sich eben auch hier Guterres und schreibt dazu Folgendes. Guterres beruft sich auf das mächtigste Instrument, nämlich den Artikel 99, um einen humanitären Waffenstillstand zu erreichen. Ja, dann lesen wir hier mal 6. Dezember, Peace and Security, Frieden und Sicherheit. Da haben wir es wieder, ne? Üblich gesehen. Schauen wir uns auch nachher wieder an. Ne? Ganz klar. Frieden und Sicherheit. Was steht hier sonst noch? Unter Berufung auf einen selten genutzten Artikel der UN-Charta rief Generalsekretär Antonio Guterres am Mittwoch den UN-Sicherheitsrat dazu auf, auf die Abwendung einer humanitären Katastrophe im Gaza-Streifen zu drängen und sich gemeinsam für einen vollständigen humanitären Waffenstillstand zwischen Israel und den mit militanten Palästinensern einzusetzen. In einem Schreiben an den Rat berief sich Guterres auf Artikel 99 im Kapitel Römisch 15 der Charta enthalten ist. Darin heißt es, dass der UN-Chef dem Sicherheitsrat jede Angelegenheit zur Kenntnis bringen kann, die seiner Meinung nach die Aufrechterhaltung des Weltfriedens, Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden könnte. Ja, das Ganze, ne? Kann sich eben zu einem Weltkrieg ja ausbreiten und wird es letztendlich auch, spätestens in der Drangsal. Aber gut, lesen wir weiter hier. Wenn sie dem rufen, Frieden und Sicherheit, dann kommt das plötzliche Verderben. In einer dem Schreiben beigefügten Erklärung an Journalisten erklärte UN-Sprecher Stefane Dujaric, dass sich Guterres zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im Jahre 2017 gezwungen gesehen haben, habe sich auf Kapitel 99 zu berufen. Dujaric erklärte, dass der UN-Chef diesen Schritt angesichts des Ausmaßes des Verlustes an Menschenleben im Gazastreifen und in Israel in so kurzer Zeit mache. Er bezeichnet die Anwendung von Artikel 99 als einem dramatischen verfassungsrechtlichen Schritt, von dem Guterres hofft, dass er den Druck auf den Rat und die internationale Gemeinschaft insgesamt erhöht, um einen Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien zu fordern. Frieden und Sicherheit. Okay, wenn sie rufen Frieden und Sicherheit. Ja, 1. Thessalonicher 5,3, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Die Wehen einer schwangeren Frau. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit gehört aus der Echokammer, von den Truthern, von den Lagebesprechern, oh ist ja alles ruhig, es ist ja gar nicht so geworden, wie sie sich das haben vorstellen können, dass sich jetzt dieser Krieg zum Weltkrieg ausbreitet und so weiter. Ist ja alles ruhig. Ja, aus der Ukraine hören wir nichts mehr. Ist ja alles ruhig geblieben. Och nö, ist ja alles ruhig. Ja. Die Wehen einer schwangeren Frau, ne, das kommt und dann ist wieder eine Pause, dann kommt das wieder und die Pausen werden kürzer und die Wehen, die Schmerzen werden stärker. Ja. Und hier wird sich in der Endzeit, ja, gerade hier im, auch in Matthäus 24 und so, wird sich immer auf die Wehen der schwangeren Frau bezogen, ne, dass eben das wellenartig kommt. Auch wenn jetzt ein bisschen ruhig ist, ne. Die nächste Welle wird heftiger. Ja. Die, die erste große Welle, sag ich mal, äh, vor, vor der Drangsaal, so, das war hier, äh, Kokoloris 19. Ja, das hat uns schon mal drei Jahre beschäftigt. Danach, zack, bumm, kam Ukraine-Krieg. Alle haben sich mit Ukraine-Krieg beschäftigt. Das hört man jetzt ja im Moment auch nicht, aber der läuft ja weiter. Ja. Und dann kommt jetzt eben diese Geschichte hier, äh, Israel-Gaza-Palästinenser-Konflikt. Ja. Alle werfen sich darauf. Jetzt wird's wieder ruhiger. Hm. Aber die nächste Welle kommt. Ja. Es kommen auch Naturkatastrophen, Erdbeben und so weiter und so fort. Gut, ähm, schauen wir mal weiter. Und tatsächlich, dann war es dann auch so Dienstag, äh, tatsächlich, ähm, UN-Generalversammlung fordert sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Ach so, da fällt mir noch ein, dieser, ähm, Artikel 99 in der Charta der Vereinten Nationen wurde, glaube ich, erst überhaupt ein- oder zweimal, äh, benutzt. Und das war, glaube ich, irgendwas in den 50er-Jahren im Korea-Krieg, ja, um da irgendwie um die, ja, das war ja ein Stellvertreter-Krieg, der Korea-Krieg, ja, zwischen der Sowjetunion und, äh, den USA. Und, äh, und, äh, da haben sich immer beide gegenseitig, äh, das Veto sozusagen eingeworfen und, äh, ich glaube, da wurde das das erste Mal so benutzt überhaupt. Also es ist dermaßen selten, ja, dieser Artikel 99, dass der gezogen wird. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat für die Forderung nach einer sofortigen humanitären Waffenruhe im Kriegs, äh, gebeuteten Gaza-Streifen, äh, dafür gestimmt. Und damit die USA gerügt, aha, die USA gerügt, die im UN-Sicherheitsrat wiederholt Aufrufe zu einem Waffe, zu einer Waffenrufe blockiert haben. Eine Mehrheit von 153 Staaten stimmte in der Sondersitzung der Generalversammlung am Dienstag für die Waffenstillstandsresolution, während 10 Staaten dagegen stimmten und 23 sich enthielten. Ähm, ja, ein Votum der Generalversammlung ist zwar politisch bedeutsam und wird als moralisch gewichtig angesehen, ist aber im Gegensatz zu einer Resolution des Sicherheitsrates nicht bindend. Also ist es weiterhin nicht bindend, aber die USA wurden gerügt. Die USA legten letzte Woche im kleineren Sicherheitsrat ihr Veto gegen eine Waffenstillstandsresolution ein. Die kurze Resolution vom Dienstag fordert den Waffenstillstand, die Einhaltung des Völkerrechts durch alle Parteien, humanitären Zugang zu den Geiseln sowie deren sofortige und bedingungslose Freilassung. Die erhält eine deutliche, schärfere Formulierung als eine Abstimmung im Oktober, in der eine anhaltende humanitäre Waffenruhe gefordert wurde. Okay, also, das ist schon jetzt ein Schritt schärfer, ja. Gut, dann hier, ja, auch Deutschland hat sich, glaube ich, enthalten, ne, und die Bild-Zeitung schreibt hier dann auch ganz groß, ne, Deutschland lässt schon wieder Israel im Stich, ne, UN lässt Hamas-Terroristen jubeln, ja, wie gesagt, dieses Instrument der Vereinten Nationen, ja, stellt sich immer mehr heraus als Instrument des, der Arabischen Union und wie soll ich sagen, oder beziehungsweise dieser, dieser Weltherrschaft, ja, vielleicht sogar unter dem Islam, hm. Ja, also, Deutschland, äh, lässt Israel schon wieder im Stich, schreibt die Bild-Zeitung. Ja, auch hier bei Reuters nochmal, kurz die Meldung eben dazu auch, ach ja, nochmal das Gleiche, von den 193, also mehr als ein Viertel der 193 Mitglieder, nämlich 153 Mitglieder haben, ähm, ja, Israel hier sozusagen aufgefordert, eine Waffenruhe einzugehen. Ja, 153 ist auch biblisch eine interessante Zahl, ne, das hat was mit Jesus zu tun und Anzahl von Fischen, ne, wer Lust hat, kann sich ja mal dort, äh, ich sehe jetzt keinen direkten Zusammenhang, aber, ähm, kann man sich ja mal angucken, ne, gut. Ähm, so, was haben wir hier für eine Meldung? Ja, wie gesagt, Frieden und Sicherheit, ja, möchte ich hier nochmal drauf hinweisen, dann kommt eben das große Verderben plötzlich über sie, wir haben ja jetzt noch diese, äh, SDG, äh, diese, diese Klimaverhandlung da in Dubai, ja, und, äh, wenn es da eben jetzt nochmal einen Vertrag gibt, das wird, ist ja verlängert worden, komme ich gleich zu, ähm, ja, auch da rufen sie ja immer Frieden und Sicherheit, gehört zum Klimaschutz eben dazu auch, ja, und dann kommt eben dieses plötzliche Verderben über sie, weiss? So, und wenn wir uns das mal anschauen, hier im Zusammenhang, 1. Thessalonicher 5, Ja, heißt es nämlich, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Oh, das hatten wir doch vorhin schon im Alten Testament gelesen, ne? Wie ein Dieb kommt er, ne? Wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ne? Deshalb sollen wir eben wachen, ne? Gehe auch davon aus, dass wir entrückt werden, jeder, der von Neuem geboren ist und Jesus folgt, ne? Also, also nochmal, ja, tatsächlich hier, Frieden und Sicherheit, man will Israel weiter zwingen. Jetzt hier zu dieser Meldung, dass sich nochmal auf Ezekiel 38 und 39 Gok Magok bezieht auch. Und zwar schreibt die Jerusalem Post, Iran nähert sich Moskau an und fordert China und die Türkei, aha, Türkei, vom Waffenstillstand im Gazastreifen auf. Kremierminister Benjamin Netanyahu, der 50 Minuten lang mit Putin sprach, äußerte scharfe Kritik an der gefährlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran. Der Iran hat sich Moskau angenähert, indem er die Arbeit an einem neuen Vertrag abschloss und mit Russland, China und der Türkei über die Notwendigkeit eines Waffenstillstandes im Gazastreifen sprach. Diese diplomatischen Schritte wurden unternommen, als die Houthis, die Stellvertretergruppe des Iran im Jemen, am Dienstag erklärten, sie hätten einen norwegischen Tanker, der Rohöl an ein israelisches Terminal liefert, beschossen. Vorausgegangen war ein Besuch des iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi Anfang des Monats in Moskau, der im Kreml mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putins zusammentraf. Angesichts des Krieges Russland gegen die Ukraine hat Moskau sein Militärbündnis mit Teheran verschärft. Und Premierminister Benjamin Netanyahu, nochmal, der 50 Minuten lang mit Putin sprach, übte scharfe Kritik. Ja, also, das was ich eben auf den Bildern gezeigt hatte, hier, Moment, finden wir es nochmal, ja, hier, ja, was soll man sagen. Und es steht ja geschrieben in Hesekiel 38, er, Gott, ja, wird Magok, also Russland, Aken in die Kinnbacken legen und ihn herunterziehen, herumziehen, ja, herumziehen. Also, was hätte denn Russland eigentlich mit Israels tun, ja? Aber Russland verstrickt sich jetzt gerade in diesem Konflikt da, auch mit, jetzt Gaza natürlich, durch die Perser, ja? Und Gott sagt eben, ich werde dir Haken in die Kinnbacken tun und dich herumziehen. Hm, also, alles läuft nach Plan. Ja, Gott hat das vorausgesehen, er hat es uns mitgeteilt, damit wir euch warnen dürfen, ja, kommt zu Jesus Christus, das ist eben ganz wichtig. Jetzt noch umkehren, ja, es ist kein Märchenbuch, es steht alles geschrieben und die arbeiten das nicht ab, weil die haben alle unterschiedliche Interessen, ne? Ja, die kennen, Teile der Bibel kennen sie nicht, die einen lehnen das ab und vor allen Dingen der Islam lehnt ja auch das Allermeiste aus der Bibel ab, ja? Und hat ja auch einen falschen Jesusbegriff, diesen Isra, ja, also wirklich völlig falscher Jesus. Also, wie gesagt, das kann alles nicht funktionieren, da arbeitet keiner etwas ab, sondern Gott hat es gesehen schon in der Zukunft und er wird ja wiederkommen, ja, Jesus wird ja wiederkommen. Und hat uns eben gesagt, was alles passieren muss und es kommt eben Gericht über die ganze Erde, ja, die ganzen Zornschalen, ja, der Zorn Gottes kommt über die Menschen, weil die Menschen eben ihren Schöpfer ignorieren und ihn nicht haben wollen, ne? Ja, ja, jetzt nochmal zur COP28, ja, wir warten noch auf diesen Vertrag und dieser COP28, dieser Klimagipfel in Dubai sollte ja jetzt Dienstag, also gestern vorbei sein, aber es wurde keine Einigkeit erzielt, wurde keine Verträge unterschrieben, keine Vereinbarung. Hier haben wir eine Meldung. Die Weltklimakonferenz in Dubai ist am Dienstag, wie erwartet, in die Verlängerung gegangen. Aha. Eigentlich wollte Konferenzpräsident Sultan al-Jabbar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten das Treffen der knapp 200 Staaten um 11 Uhr vormittags Ortzeit 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit abschließen. Doch das Ringen um einen Anschlusstext ging weiter. Also, die Sache ist noch nicht zu Ende, ja, er, der Antichrist, steht noch aus, dieser Vertrag für, oder dieses Bündnis, oder diesen Bund für sieben Jahre. Aus Daniel, bitte neun. Ja, aufreger ist, dass in dem Textentwurf der von dem mehr als 100 Staaten eingeforderten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas nicht mehr erwähnt wird. Aha. Ja, anders als im vorherigen Versionen, das UN-Treffen mit rund 97.000 Teilnehmern hatte am 30. November begonnen. What? Ja, ne Großstadt, ja, findet sich da unten zusammen, 97.000, wer bezahlt das alles? Ja, wir, Feuerzahler, 97.000 Teilnehmer zu diesem SDG-Gipfel. Also, unfassbar, ja, die machen sich schöne Tage da unten, während wir hier frieren in Deutschland, ja, und es soll ja noch kälter werden, beziehungsweise nicht wärmer werden, ne, 1,5 Grad, ja. Aber, ja, haben die es schön warm da unten und, naja, gut. Ja, auch hier nochmal, Berliner Zeitung, Klimakonferenz in Dubai wird verlängert. Also, schauen wir mal, wie lange das verlängert wird. Wir warten weiterhin auf den Vertrag für sieben Jahre. So, und dann jetzt, ja, ich weiß, es ist viel, aber hier müssen wir auch nochmal durchgehen, ja. Solange muss ich euch sagen, natürlich kommt zu Jesus Christus, ja, ihr seht, es gibt keinen anderen Ausweg. Und, was ist Jesus Christus? Er ist für euch gestorben. Gott hat für euch alles getan. Ja, ihr könnt gar nichts tun, wir können nichts tun, ja, diese Selbsterlösung und wir müssen selber machen, Esoterik, New Age, ja, du musst jetzt mal in deine Mitte kommen und du musst tun und du musst machen, können wir nicht. Gott hat alles für uns getan, nämlich er ist gestorben, ja, er ist den fleischlichen Tod gestorben für uns stellvertretend, ja, damit wir, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ja, wir hatten vor dem Sündenfall ewiges Leben im Paradies und dann ist die Welt gefallen mit Adam und Eva und auch wir alle tragen Adam und Eva in uns, ja, wir können vor Gott nicht bestehen. Also hat Gott alles gegeben für uns. Er ist gestorben, er hat diese Strafe auf sich genommen für uns, ja, damit wir, wenn wir daran glauben, wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann sind wir zum ewigen Leben zurückgekommen, ja. Ja, so, und jetzt weiter im Text hier. Wir haben hier zwei Meldungen noch von der Jerusalem Post, natürlich aus israelischer Sicht und zwar einmal über Sleepy Joe. Hier heißt es Sleepy Joe, also Biden sagt Netanyahu muss die Regierung wechseln, Israel verliert weltweite Unterstützung. Ja, das ist tatsächlich so, auch gewollt, ne. Sleepy Joe erwähnt ausdrücklich Israels rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir. US-Präsident Sleepy Joe warnt Israel, dass es die Unterstützung für den Krieg zwischen Israel und der Hamas verliere und forderte Premierminister Benjamin Netanyahu auf, die Zusammensetzung seiner Koalition zu ändern, die die Gründung eines palästinensischen Staates weitgehend ablehnt. Also weiteres Drängen zu einer Zwei-Staaten-Lösung, das bringt aber keine Sicherheit, ne, also, aber das ist jetzt nicht das Thema. Als weiteres Zeichen für die wachsende Besorgnis der USA über die hohe Zahl von Todesopfern, die Israels Militärkampagne zur Vertreibung der Hamas aus dem Gaza-Streifen fordert, sagte Sleepy auf einer Veranstaltung zur Beschaffung von Spenden für seine Wiederwahl, ach herrje, 2024, ich soll nicht ach herrje sagen, ich sag's trotzdem. Sie, Israel, beginnen die Unterstützung für den Krieg zwischen Israel und der Hamas zu verlieren. Außerdem, so Sleepy, denke ich, dass er, Netanyahu, die Regierung wechseln muss, weil sie es ihm sehr schwer macht, sich zu bewegen. Ja, vielleicht ist es sein Alter, ne, na gut. Also, nochmal, man drängt hier immer mehr auf die Zwei-Staaten-Lösung, ja, wenn eben das, ja, irgendwann wird das kommen, ja, die Israelis, beziehungsweise die Staaten wollen eben Israel aufteilen und das, wir lesen das in Joel und im Alten Testament eben, ne, wisst ihr ja. Ja, gut, diese Meldung, Netanyahu, dann haben wir hier noch eine Meldung, dass man sich auch verbal ein bisschen wehrt hier. In Israel, ja, hier heißt es, Israels Sicherheitschef schreibt in einem Brief an die Welt, mischen Sie sich nicht ein. Der Brief des Shin Bet-Chefs an den UN-Generalsekretär spiegelt die Frustration der Entscheidungsträger in Israel angesichts der internationalen Gleichgültigkeit gegenüber den Ereignissen von 7. Oktober wider. Ja, letzten Monat richtete der Chef des Shin Bet-Israelischen Sicherheitsdienstes Ronon Barr einen langen und ergreifenden Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, in dem er unter anderem schrieb, wir sind entschlossen, unsere Mission in Gaza zu beenden. All diejenigen, die eine sichere Welt anstreben, sollten sich nicht einmischen und uns aufhalten. In der UN-Karte heißt es, dass das Ziel der Organisation darin besteht, den Glauben an die grundlegendsten Menschenrechte, an die Menschenwürde und die Bedeutung des menschlichen Lebens sowie an die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu erneuern. Die Hamas regiert den Gazastreifen seit 17 Jahren und ignoriert diese Prinzipien und die Bedürfnisse der 2,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger im Gazastreifen in grober Weise, schreibt er hier. Ja, aber wir sehen eben, dass sich das Ganze doch irgendwann mal Richtung Aufteilung des Landes Israel anbahnen wird, also die Zwei-Staaten-Lösung und selbst dann sind sie ja nicht zufrieden, weil der Islam will nun mal die Zerstörung bzw. Besetzung Israels und vor allen Dingen Jerusalems. Ja, das waren die Nachrichten. Dazu noch eine Anmerkung oder zwei Anmerkungen und zwar der Kanal Till Eulenspiegel, mein Partnerkanal hier sozusagen, der Detlef. Ja, der hat inzwischen ein neues Equipment und wird demnächst wieder Videos machen, da dürft ihr euch drauf freuen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, da gibt es bald wieder Videos, falls wir nicht vorher noch entrücken. Ja, also wie gesagt, Till Eulenspiegel. Und ja, zum anderen möchte ich mich bei allen bedanken, hier für meine Abonnenten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr meine Arbeit hier auch unterstützen. Ich habe hier einen PayPal-Link, wenn ihr möchtet. Nur wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch ein bisschen finanziell unterstützen. Ich danke euch vorab auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, jetzt ist noch Zeit umzukehren. Bitte für alle, die noch nicht an Jesus glauben. Jesus hat für euch alles getan. Gott hat für euch alles getan. Und wir müssen daran glauben, wir dürfen daran glauben. Und ja, diese Endzeit, diese Tage werden kommen. Der Tag des Herrn wird kommen. Gott hat uns gewarnt, er hat uns diese Schrift gegeben. Lest die Schrift, wirklich, wenn ihr Lust habt, fangt im Neuen Testament an. Oder ihr fragt mich einfach, wie man das am besten machen kann. Ich werde euch da ein bisschen unterstützen gerne. Alles gerne auf E-Mail. Ja, soweit wünsche ich euch alles Gute. Shalom und Maranatha. Bis bald. Maranatha. Ciao. Maranatha. Maranatha. Vielen Dank.